...Grundgebung mit der Ukraine und zu dem Statement gegen den Angriffskrieg von Putin gegen die Ukrainer. Es herrscht ein Krieg. Eine Stunde Flugzeit entfernt aus Kassel. Es herrscht ein Krieg. Ich komme nicht aus Ukraine. Ich komme aus Belarus. Aus einem Land, wo seit 28 Jahren nicht ein Diktat, ein Turan, sein Land, nicht nicht unterdrückt, aber wirklich verblässt wurde. Leider ist so passiert, dass aus dem Zentrigen von meinem Land werden die ukrainischen Menschen attackiert, werden Raketen und werden Panzer geschickt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, seit zwei Jahren mittlerweile ist es eine Rekubation in Marien. Seit der Sitzschapal im Jahr 2020 Europa ignorieren kann. Es kommen sehr viele Flüchtlinge jetzt aus der Ukraine, die brauchen Hilfe. Und ich habe das Gefühl, dass Stadtkassel diese Hilfe leisten kann. Ich bitte Druck und ich bitte euch, auf diesem Platz jeden Abend zu kommen mit ukrainischen Flanen. Dann wird unser Ruhm sehr stark sein. Und jeder Turan wird wissen, dass Stadtkassel ist nicht nur Dokument der Stadtkassel, aber auch Stadt und Europäische. Ich danke Ihnen, dass Stadtkassel ist nicht nur Dokument der Stadtkassel, aber auch Stadtkassel ist nicht nur mit dem Jahrzehnt zu machen. Dafür stehen wir. Der Landtag ist geschlossen, aufgestanden und hat den Respekt gezahlt. Auch das gehört dazu. Die demokratischen Kräfte in Hessen, in Deutschland stehen zur Ukraine, stehen solidarisch da. Und ich weiß, dass wir Menschen sind, die viel betroffener sind als viele andere von uns. Die Freunde in der Ukraine haben, die Verwandte in der Ukraine haben. Das ist eine ganz schreckliche Situation und wir müssen immer wieder betonen, das ist Putins Krieg. Es gehen mehr Leute in Russland auf die Straße, es gibt mehr Nachfragen, es gibt Prominente in Russland, die sagen, das ist nicht unser Krieg. Stoppen wir Putin, stoppen wir ihn gemeinsam, stoppen wir ihn friedlich. Denn das ist unsere Stärke, unsere Solidarität, unsere Demokratie, die Einheit und der Menschenrechte. Wir sind gemeinsam stark. Ich arbeite hier, erziehe meine Kinder und ich danke Ihnen im Namen des ukrainischen Volkes, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass Sie Partei ergreifen und dass Sie Solidarität mit der Ukraine zeigen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja, das ist schön, Verhandlungen, das ist schön, aber das hat alles nichts gebracht. Was sollte noch passieren? Jetzt ist es passiert. Die Ukrainer kämpfen heute, sie werden kämpfen, aber sie brauchen mit der Solidarität. Sie brauchen konkrete Mittel, um zu kämpfen. Und endlich waren gestern diese Mittel auch von der Bundesrepublik geliefert. Bewilligt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Zeit von den Politikern in der ganzen Welt vermisst. Leider hat die ganze Welt sehr viele Jahre zugeschaut, was Russland gemacht hat. Aber da sind Fakten auf dem Tisch. Ein Marsch in Transnistrien, ein Marsch in Georgien, vernichtender, verheerender Krieg in Syrien, in Libyen. Annexion der Krim. Was sollte noch passieren, damit alle Leute verstehen, dass Putin keinem hier nicht einfach nur vorbeigeht, die anhalten, die zuhören. Aber ich habe an dieser Stelle eine Bitte, einen Appell an Sie alle. Gehen Sie nicht einfach nur weg nach der Demonstration und vergessen Sie diese Worte nicht. Sie haben angehalten, Sie haben zugehört. Es ist jetzt wichtig, dass Sie was tun. Dass Sie was tun. Dass alle Bürger sich vereinen und uns helfen. Man kann mit ihm nicht verhandeln. Er verachtet die Leute, die zu ihm mit der gestreckten Hand kommen, die ihm die Hand schütteln und mit ihm sprechen möchten, die mit ihm verhandeln möchten. Er verachtet diese Menschen. Er gehört zu den Leuten, die leider nur ihre eigene Sprache verstehen. Und zwar die Sprache der Gewalt. Alle Menschen werden früher wohl ein Dank der Flügelein. Wem ist er so wohl gelungen, eines Freundeskreuz zu sein? Wer ein Heumesweifel verrungen, wische seinen Jugelein. Ja, wer auch nur eine Seele, seine Baume kommt erstelle. Wer ein Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen. Wer ein Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen. Alle Menschen werden böse, seine Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen. Wer ein Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen. Wer ein Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen. Wer ein Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verrungen, seine Heumesweifel verjournt. Vielen Dank.